Das Tier des Tages hat bestimmt jeder von uns schon mal gesehen. Das Schwein. Genauer gesagt, das Wildschwein. Diese bis zu 200 Kilo schweren Brecher sind wichtiger für die Umwelt, als du denkst. Wenn es ums Fressen geht, haben Wildschweine eine beeindruckende Methode entwickelt. Sie graben den Boden um, um nach Wurzeln, Knollen und anderen Leckerbissen zu suchen. Sie können in kürzester Zeit einen Boden umgraben, wie ein kleiner Traktor. Dadurch verteilen sie Samen und wichtige Nährstoffe für Pflanzen, was zur Wiederherstellung des Ökosystems hilft. Trotz allem, dass Wildschweine eigentlich scheu sind, können sie äußerst aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Also haltet Abstand, weil diese Tiere leben in Gruppen von bis zu 20 Tieren und sind 50 Kilometer die Stunde schnell. Also wenn du hier nicht vorsichtig bist, kannst du dir vorstellen, ist es so, als würden 20, 200 Kilo schwere Usain Bowls dich verfolgen. Lass jetzt ein Abo da, wenn du mehr wissen willst oder schau doch mal auf meinem Kanal vorbei.